So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramse ist der Dicke, eine neue Folge Maxout Monday am Montag. Gestern war Sonntag, gestern war Geburtstag, 35 Jahre ist der Ramse geworden. Der hat aber gestern den ganzen Tag nur geschlafen, er hat heute fast den ganzen Tag nur geschlafen. Es war so ein heftiges Wochenende, es waren so heftige drei Tage vor dem Wochenende. Das heißt, es waren fünf Tage, die so an die Materie gegangen sind. Erst mit Hannes, dann mit den ganzen Leuten aus der Community, den Gästen, Leuten, die ich schon gekannt habe, Leute, die ich das erste Mal live gesehen habe, Leute, die die anderen auch das erste Mal live gesehen haben und so weiter. Und jeden Tag die Sonne geknallt, jeden Tag so heiß, so warm, dann auch geregnet, dann auch Unwetter, dann auch Sturm, zweimal draußen übernachtet, hin und her. Da gibt es natürlich dann Videos dazu. Wir haben einen Geburtstagsvlog gedreht, müssen wir mal schneiden. Der Fahrer wird aus seiner Sicht auch was dazu zeigen, der Bo wird aus seiner Sicht auch was dazu zeigen, der Naturin wird aus seiner Sicht sicherlich auch was dazu zeigen. Das ist brutal, das dauert Zeit, ich muss erst mal wieder ein bisschen fit werden und dann mal gucken, wann wir das alles raushauen. Zwei Stunden, 40 Minuten würde das jetzt gehen. Ich werde es auf zwei Tage aufspalten, Tag 1 und Tag 2, separat voneinander. Und habe geguckt, was passt denn da so gut dazu, denn ich möchte wieder einen Titel-Pokémon maxen. Einen Titel-Pokémon, gerade weil es die ganze Zeit so heiß ist, was bietet sich da an, was war zuletzt da, wo habe ich einen Hunderter, wo habe ich genügend XL? Heatran, oder Heatran, denn da war das Besondere. Heatran hatte ja eine Spezialattacke bekommen. Ich habe damals schon ein Heatran auf Level 50 gemaxed, das ist der Baloo gewesen. Jetzt habe ich mir jetzt Ziel gesetzt, solange das da war, ich sammle noch ein paar XL, dass ich ein zweites auch auf Level 50 ziehe, in 100%. 296 XL sind am Start, wir wollen auch gleich die neue Attacke draufpacken, weil mit der neuen Attacke scheint er wohl ein richtig starker, guter Feuerangreifer noch zu werden. Und das passt gut. Ich wollte auch noch Zapdos und Lavados maxen, aber weil Regieleki, das ist ja so ein Elektroknüppel, in den Raids ist und der ist nächste Woche Montag immer noch da, werde ich nächste Woche Montag dann Zapdos maxen und die Woche drauf dann Lavados, um das komplett zu machen. Das waren meine Ziele, mal gucken, wann ich das an Ego in 100 endlich ertauscht habe und ja, das ist mein Titel-Pokémon. Heatran, 100%, mein zweites 100er dann auf 50. Wir können ja mal kurz hier die Power-Ups draufhauen, dann seht ihr, das kriegt nochmal 466 WP dazu auf 4244. Wir machen gleich den Tag-Draht von Level 50. Brauchen wir jetzt eine neue Attacke, da geben wir nochmal 100.000 Staub aus und 100 Bonbons. Wir können es ja einfach mal machen, komm, dann ist es komplett. Dann hat es auch zwei Attacken noch dazu, müssen jetzt aber mit einer Top-Lade-TM Flammenwurf, Feuersturm, ich weiß gar nicht, wir nehmen einfach es an zweiter Stelle hier und geben ihm Lavasturm drauf. Er hat ansonsten auch noch Steinkante, Erdkräfte, Eisenschädel. Ich würde also ihm Lavasturm geben. So, und statt Flammenwurf wohl die Stahl-Attacke, dann hat er nämlich noch mehr Auswahl an Moves, weil er ist ja auch Typ Stahl und kann dann auch noch Stahl-Move. Wenn ihr sagt, gibt ihm ein anderes Set, macht mal Feuerwirbel weg oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung, was er sonst noch so hat. Das ist mein Titel-Pokémon. Mein gemaxstes, 100%iges Heatran wegen der Hitzewelle, die da war. Jetzt guckt mal kurz mal in die Kommentare unter dem letzten Maxout Monday-Video. Ich werde schauen, dass wir wieder 5 Vorschläge aus der Community suchen und nehmen, um 6 Stück insgesamt heute gemaxzt zu haben. So, das kann fort. Wie ihr seht, habe ich sogar noch ein drittes Heatran. Jetzt habe ich aber keine Bonbons mehr. Wenn das dazu irgendwann nochmal kommt und ich kann gemütlich mit meinem Daily Pass und einer Raid Mania noch ein paar XL sammeln, dann wird das vielleicht auch irgendwann mal gemaxzt. Ansonsten weiß ich nicht. Habt ihr einen 100er Heatran? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wie findet ihr das Pokémon? Jetzt gehen wir mal hier drauf auf die Vorschläge und schauen auf Cosimun. Der sagt, ich schlage Knacksel vor. Da habe ich jetzt, glaube ich, ein Problem mit. Und zwar, wenn ich 4 Sterne und Knacksel eingehe. Jetzt haben wir ja letztens gezeigt, wir haben Knackrack auf 50. Wir haben Kaumalat auf 50. Wir haben Knackselnisch auf 50. Und ich jetzt 300 ausgehe. Sollte man nicht das lieber aufsparen, wenn man jetzt ein gutes Krypto-Kaumalat bekommt, dass man das mal hochzieht oder so? Wäre das nicht besser? Wäre das nicht logischer? Aber wer weiß, ob man mal ein gutes bekommt oder wann das wiederkommt. Ach, damit wir damit fertig sind und das nicht mehr vorgeschlagen wird. Eigentlich war es ja abzusehen, dass jetzt ausgerechnet Knacksel genommen wird und wäre gemein, ich würde sagen, wenn ich ein 100%iges habe und wenn ich genügend XL habe, dann magse ich das. Einfach zu sagen, ich habe ein 100er, ich habe genügend XL, aber ich magse es einfach trotzdem nicht. Wäre ja wieder unfair. Hauen wir also hier auch den Level 50 Tech dran und es sind ja noch 527 übrig. Ein Krypto würde auf jeden Fall mal auf 50 gehen. Aber da warte ich jetzt erstmal noch ab. So, Knackseln ist der erste Zuschauerwunsch, der gepasst hat. Die Familie auch voll. Also Knackrack, Kaumalat, Knackseln braucht nicht mehr vorgeschlagen zu werden. Sind alle drei auf 50. Na gut, der gerade nett, aber der halt wieder. Das war Cosimun. Scheinux sagt Zubat. Zubat ist doch so läppisch. Der muss doch auf 50 sein, oder? X-Bat, Gold-Bat, Zubat. Perfekt. Ist auf 50. Kann ich nichts machen. Trotzdem Grüße an Scheinux. Ich werde es vermissen, neben deiner Glasko hier zu nächtigen. Der Scheinux ist so ein entspannter Typ. Einfach nur. Und immer mit einem Grinsen im Gesicht. Egal was der macht. Das werdet ihr vielleicht in den Videos noch damit kriegen. Ansonsten, ja. Kommt der Jochen Strehl hier an und sagt, Menki, 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 Menki. Jetzt gucken wir mal rein. Hat er da aufgepasst? Mehr als ich oder auch nicht? Razav ist auf 50. Menki ist auf 50. Ist leider nichts. Da ja jeder nur einen Vorschlag machen soll, ignorieren wir mal die restlichen Jochen Strehl Vorschläge. Und falls wir am Ende immer noch was übrig haben, kommen wir auf die Jochen Strehl Vorschläge zurück. Falk, Otto, PM2Yo sagt Habitag. Habitag, Ibitag. Da geht es auch wieder um die Familie. Wie sieht es hier aus? Ibitag ist auf Level 50. Habitag ist auch auf Level 50. Ist also auch nicht möglich. Feuerwehrfrau sagt Stadavia. Guckt mal hier rein. Stadda. Ich merke schon, dass ich selber auch keinen Überblick mehr habe. Stadda, Tor ist auf 50. Stadavia ist nicht auf 50. Können wir aber auf 50 machen. Und um euch entgegen zu kommen, kann ich ja, wenn wir einmal bei der Familie sind, kurz mal hier drauf drücken. Stadda, Lili. Oh, Stadda, Lili ist ja auch auf 50. Ich glaube, das haben wir sogar in der letzten Folge gemacht. Das heißt, diese Familie ist auch voll, ist auch komplett. Brauchen wir auch nicht mehr. Das war das zweite Pokemon von euch. Drei Vorschläge von euch können noch kommen. Miku. Ich schlage Stadavia auf 50 vor. Hammer gemacht. Mati, Grote, Gewaldro. Oh, Entschuldigung wegen dem Typfehler. Gewaldro, 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 Gewaldro. Gewaldro. Wir haben Gewaldro auf 50, auch mit Megaentwicklung. Repteien haben wir nicht auf 50. Gekka-Boar haben wir nicht auf 50. Wir werden einfach das hier maxen, weil das das zweithöchste dann ist mit 1891. Und wer jetzt schlau ist, der sagt, ha, damit ich dran komme und auch ja richtig liege, schlage ich einfach Gekka-Boar vor. Denn das ist ja noch nicht gemaxed. Das wäre ja noch möglich. So kann man sich mit einer neuen Folge schon wieder Inspiration holen für den Kommentarbereich in der nächsten. Und wer dann der Erste ist, der... So. Entwickelt das Schiggi genau den Klapp-Baudermann. Die Schenaia hat's ja wieder lustig hier. Donatello. Ah, da muss ich das jetzt wieder suchen. Der Boss Basti, please, ein Floink, was nicht 100% hat. Aber die Regeln sind noch, wenn ich einen Hunderter hab und genügend XL. Ja, mein Vorschlag ist, ein Nicht-Hunderter. Das darf man ja schon gar nicht. Da würde man sich ja selbst einfach nur, wenn einer sagt, spring mal von der Brücke und man sagt, nö, ich hänge mich mit dem Bungie-Seil runter und lass mich ins Weltraum katapultieren. Spring halt einfach nicht. Lass die Schild, das Schildgürtchen so, nenn ihn Donatello. Donatello, 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 Donatello. Komm, weißt du, was richtig Starkes ist? Wo ist er denn? Hier, Schiggi. Schreib mal Donatello dran. Außerdem war die Schenaia ja auch dabei beim Geburtstag, ja. Und ist eine treue Seele. Und da werde ich ihr diesen Gefallen natürlich gerne tun und hier Donatello dran schreiben, weil der riecht auch schon so. Zwei sind, glaube ich, noch übrig. Triff Zeppli, sagt sie. Jetzt müsste ich sagen, sie hat ja schon einen Wunsch jetzt erfüllt bekommen. Deswegen gibt's nix mehr. Aber das war ja kein Pokémon-Dings. Jetzt guck ich hier. Driff Zeppli ist schon gemaxed. Dann haben wir nicht beim letzten Mal. Drift Lon auch gemaxed. Gut, den zu maxen, nur weil er keinen Hut auf hat, wäre ja Quatsch. Lass mal weg. Also kein Punkt hier. Tobias Reuter, Staravia, haben wir schon gemacht. Balou sagt Miniras. Miniras dürfte ich aber keine XL haben. Hier, 96 XL. Also, Hunderterfamilie wäre vorhanden. XL sind nicht vorhanden. Benjamin sagt, Hydrobi vorzumaxen. Dein Hunderter Schiggi kannst du so lassen. Krypto-Tour-Doc ist eh nix für die Raids. Oh, er sagt Hydrobi. Da muss ich mal ganz kurz hier rein. Muss mal schauen. Ein Sumpex ist schon auf 50. Ein Morabell ist nicht auf 50. Er möchte ein Hydrobi auf 50. Da können wir ja gleich dieses Pundigama nehmen, was in Gera gefangen wurde beim weltweiten Go-Fest. Als wir gerade Essen und Trinken bestellt haben, Log-Modul am Tisch an. Da ist noch eine Geschichte dazu, deswegen wird dieses Pundigama jetzt auf 50 gepusht. War jetzt der vierte Vorschlag? Ich weiß nicht. Ich habe es schon wieder vergessen. Kann sein, dass das der vierte Vorschlag war. Kann auch sein, es war nicht der vierte Vorschlag. Das ist das Pundigama aus Gera. Das ist cool. Da steckt Erinnerung dran. Jetzt müssen wir das schnell wegmachen. Nicht, dass da unten noch was man sieht. Ticket, Luftabenteuer, Knuff, Knacksel, Maskottchen, der gute Borgi. Ja, wann ist denn das Luftabenteuer? Genau. Tobias Reuter sagt nochmal Mitsunda, aber Tobias Reuter hat ja schon was vorgeschlagen hier unten, auch wenn es nicht ging. Nicht entwickeln. Der Jan von Smile sagt Monozyto, weil es so hübsch ist. Monozyto. Wir haben, ja, Zytomega ist auf 50. Mitodos, klingt, als hätte ich den Namen das erste Mal gerade gehört, ist nicht auf 50. Monozyto ist auch nicht auf 50. Können wir aber auf 50 machen mit 1546. Und das müsste jetzt wirklich der fünfte Vorschlag von euch gewesen sein. Ich habe sogar noch 461 XL übrig. Das heißt, man könnte mit Mitodos, wenn ich das lese, weiß ich wieder nicht, was das ist, auch maxen. Aber das muss erst wieder in die Kommentare rein, in die Vorschläge. Ansonsten, alter deine Augen, bist du bekifft mit Perücke auf. Ja, das ist die Solmecke Frisur. Jetzt guck dir das doch mal an. Was das ist? Obwohl, es ging eigentlich um die Augen. Legendäre Pokémon Go auf Level 50 machten. Ja, das habe ich gemacht, nämlich mit dem Heatran. Dann, Grüße gehen raus noch an Madu. Praktibalk habe ich ja keine XL voll. Müsste ich eher was dafür machen. Und, ja, habe ich noch gar nicht gelesen. Das waren jetzt fünf, hoffe ich. Das heißt, wir mussten nicht Jochen nochmal durchgehen. Wir konnten einfach da bleiben. Wo hat sich denn jetzt hier angesiedelt? Unser Heatran. Heatran. Wo ist Heatran? Da ist Heatran. Aber das mit der Pissatage ist weiter oben als das andere. Das, also das hundertprozentige legendäre für diese Hitzewelle, diese Hitzesendung. Wie war euer Wochenende? Schreibt es mir rein. Wir sehen uns heute Abend bei Chill mit Ramses. Ich werde heute Abend bei Chill mit Ramses kein Bier trinken. Ich habe so die Nase voll. Ich habe schon wieder scharf gegessen gerade, aber Bier? Ich habe keine Ahnung, was ich heute Abend trinke, aber ich muss heute mal einen bierfreien Tag machen nach dem ganzen Bier saufgelagert am Wochenende. Bis dahin. Bis heute Abend. Peace out for Houch. Euer Ramses. Und ciao. Huch. Oh.